Wohnbau Weinmann Seit 1989 sind wir spezialisiert auf dem Bau von Eigentumswohnungen und Häusern. Bereits in der zweiten Generation sind wir mit unseren Architekten, Ingenieuren und Bauleitern ein starker Power für unsere Kunden. Somit haben wir die Möglichkeit, auf besondere Wünsche individuell einzugehen. Wir begleiten unsere Kunden bei der Grundstückssuche sowie bei der Planungs- und Bauphase bis hin zum Einzug. Unsere Schwerpunkte liegen im Bau von Einfamilien, Doppel- und Reihenhäusern sowie Eigentumswohnungen und gebrauchte Immobilien. Durch meine neuen Ideen und deine Erfahrungen sind wir perfekt gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen. Dadurch können wir unsere Kunden individuell auf ihrem Weg in die eigenen Firmen begleiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017